Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Kraft schwindet, aber soweit wollen wir das nicht so beurteilen und beschreiben. Da kann man zunächst mal die Bekannte vorbeifahren sehen. Und ich denke, wenn unsere Damen hier vorbeifahren, dann haben sie ja auch eine Erwartungshaltung, nämlich einen kleinen Applaus. Und den tollen verschiedenen Männern und Damen, die sie hier am Straßenland zusammelt haben, also helft ihr einfach mit den Damen, aber auch natürlich den Männern den Applaus zu geben. Das ist heute über den Programm.